Feuer nimmt uns ein. Feuer ist Energie. Und Energie bringt uns vorwärts. Es wärmt uns, es gibt uns Kraft. Es ist das innere Feuer, das den Funken auf andere Menschen überspringen lässt. So tragen wir das Feuer nach aussen. Die Begeisterung, die Freude, der Reif verbindet alle Mitarbeitenden der Luca Bär und lässt uns höher steigen und erfolgreich sein. Warum brennt das Feuer bei uns? Weil es uns Freude macht, für unsere Kunden Lösungen zu finden. Weil wir den Mut haben, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil wir Vertrauen haben in unsere Kolleginnen und Kollegen. Weil wir Beschwerigkeiten zusammenstellen. Weil wir mit Herzblut bei der Sache sind. Weil wir unsere Erfolge gemeinsam entfeiern. Weil wir unsere Bank selbstbewusst repräsentieren. Weil ich schaue bei einer Bank ist. Wo man gerne arbeitet. Und wo man gerne Kunde ist. Wenn man diese Leidenschaft teilt. Dann fliege ich die Funke. Dann entsteht Ausstrahlung. Dann steigt unsere Motivation und überträgt sich auf andere. Dann kommt Bewegung. Unser Denken und Handeln. Dann nützen wir unser volles Potenzial. Und erreiche Ziel viel leichter. Dann schaffen wir eine gemeinsame Basis mit unseren Partnern. Dann kommen wir zusammen vorwärts. Und versetzen als Eisteam. Bergen. Dann haben wir einfach eine gute Zeit. Dann erreichen wir das Unmögliche. Und noch viel mehr. Für die solide Basis, die wir darauf bauen. Für das Feuer, das in uns brennt und uns motiviert, sodass nur das Beste gut genug ist. Für die Funke, die wir los springen lassen lassen. Für unsere Wurzeln, für unsere Heimat und für unsere Traditionen. Dafür sind wir Feuer und Flamme. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020